Sport ist einfach ein Kleister zwischen den Menschen und ich glaube Jakob Haslik live vor Ort, das kannst du auch nur unterstreichen. Ja total, bei uns sieht man zwar jetzt im Hintergrund keine Sportler mehr, weil die haben wohlverdient einen Feierabend. Dafür steht Beate Slavetinski bei mir. Sie ist die Organisatorin der Special Olympics hier in Mannheim 2022. Corona-bedingt war eine Pause, die hat glaube ich geschmerzt. Wie wichtig ist es jetzt endlich endlich wieder an den Start gehen zu können? Ja, wir sind sehr sehr dankbar, dass wir jetzt endlich loslegen können nach dieser sehr langen Vorbereitungsphase. Corona-bedingt sind unsere Athleten ja jetzt so gespannt und voll Begeisterung, dass sie jetzt endlich wieder sich begegnen können. Ja, dass sie Sport treiben können, dass sie ja wieder zeigen können, was in ihnen steckt und ja einfach auch mal wieder ein bisschen genießen können, ja rauszugehen. Wir sehen ja auch viele, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht, Begleiter, die da zusammenstehen. Thema Inklusion ganz allgemein. Wie viel Nachholbedarf haben wir denn eigentlich bei diesem Thema noch? Ja, da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Wir wollen einfach mit unseren Sportmöglichkeiten den Weg weiter ebnen zu einer offenen inklusiven Gesellschaft, indem wir die Möglichkeit zu Begegnungen schaffen. Ja, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einschränkungen sorgt einfach dafür, dass Barrieren abgebaut werden im Kopf und das ist essentiell wichtig, um auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft auch weiter einen Schritt voranzukommen. Und ich glaube auch das Wichtigste, dass man überhaupt irgendwann gar nicht mehr darüber spricht, ob jemand ein Handicap hat oder nicht. Das ist ein ganz toller Beitrag, den Sie hier leisten mit Ihrem ganzen Team und das geht ja noch bis Samstag. Echt schön zu sehen, echt schön dabei zu sein und das wird nicht das letzte Mal sein. Da bin ich mir ganz sicher. Danke Jakob. Ja und im besten Falle einfach mal selbst vorbeischauen und natürlich die Athletinnen und Athleten anfeuern.